Norbert Schack ist 1880 in Luxemburg geboren worden. Er stammt aus guten Verhältnissen und hat dort bis zum 20. Lebensjahr gelebt, hat dann angefangen zu studieren, hat sich immer mehr eigentlich aufs Schreiben besonnen und hat sehr früh schon mit Reisen und mit Büchern angefangen. Das heißt, er ist eigentlich das, was man einen Reiseschriftsteller nennt, ein Autor, der in die Welt reist, um Bücher zu schreiben. Einerseits kommt er aus einem Niemandsland, das heißt, er ist wirklich ein Autor gewesen, der sehr, sehr viele Orte bereist hat und sich eigentlich nie richtig sesshaft gemacht hat. Und in der ersten Phase seiner literarischen Produktion hat er Bücher geschrieben, die sehr frei sind und auch noch sehr literarisch. Später dann hat er sich immer stärker zugewandt einem, sagen wir mal, funktionalen Schreiben. Das heißt, er hat sich massiv gekümmert um filmische Themen, hat eigentlich auch immer schon an Verfilmungen gedacht. Also ich würde denken, Mabuse ist ein Text, den er ausdrücklich schon mit diesem Gedanken im Kopf an einen Bestseller und auch an einen Film geschrieben hat. Zweierlei ist für Norbert Jack und die Mabuse-Figur ganz wichtig. Einerseits das Herkommen vom philosophischen Übermenschen, also Nietzsche-Rezeption, aber andererseits natürlich die Zeit. Und der Erste Weltkrieg, das kann man sich heutzutage nur noch schwer vorstellen, war die absolute Zerstörung von jeder Wertewelt, die es überhaupt gibt. Und in dieser Zerstörung lag natürlich auch was Besonderes, nämlich ein Aufleben von ganz kräftigen, ganz massiven Lebenswillen. Man konnte Millionär werden in einer Stunde, man konnte irgendwie sich Menschen verfügbar machen, man konnte Kriegsgewinnler sein. Und Mabuse verkörpert das alles. Er konnte sich eigentlich in diesen Mabuse hineinschreiben, was er wollte, der Norbert Jack. Und das hat er auch getan. Ich denke, dass dieses Austesten der Grenzen durch den Ersten Weltkrieg und durch diese wirkliche auch Zerstörung von Charakteren, von inneren Haltungen, dass diese Figur so der typische Nachkriegsmensch ist. Das heißt, ein Mensch, der an gar nichts mehr glaubt, der sich so viel zusammenrafft wie möglich, sei es Geld, sei es Frauen, sei es eben auch Exzess, sei es Rausch, zugleich aber auch immer eine gewisse Leere empfindet. Und diese Leere, ja, die versucht er zu betäuben. Deswegen sind natürlich auch die Rauschgiftszenen oder die Alkoholzenen immer extreme Exzesse. Ich denke, dass drei große Vorbilder auch für Norbert Jack und Fritz Lang eine Rolle spielten. Einerseits Kaligari mit dem Hypnotischen, mit dem, ja, dem Fremden, dem in die Irrenanstalt abdriften. Dann ganz sicher Fantomas als Anarchist, als, ja, bürgerlicher, der sich eine Stadt zunutze macht und in ihr tut, was ihm beliebt. Und dann auch, würde ich denken, auch wenn das jetzt mehr ein vampirhaftes Sein ist, Nosferatu, weil Nosferatu einfach diese Figur, ja, des, des dämonisch Abgehobenen, des, des Schrecklichen mit enthält. Und ich glaube, diese Mabuse-Figur hat deswegen so gut funktioniert, weil sie, ja, all diese Zeitströmungen und Wünsche, dieses selber auch einmal die Welt besitzen zu dürfen, so gut spiegelt. Mabuse ist ein München-Roman. Und dieser München-Roman kommt aus einer Provinz. Das heißt, München war nie eine Weltstadt. München hatte nie diese Chance auf eine große, ja, urbane Tradition. Der Mabuse der späteren Zeit im Testament des Doktor Mabuse ist dann in Berlin. Und da geht er wirklich in die Welt und in die Weltstädte hinaus. Es ist das Eigenartige, dass Mabuse als Figur immer auch als Vorläufer von Hitler gesehen wurde. Und wenn man jetzt das wirklich als eine Prophezeiung nimmt, was Norbert Schack da geschrieben hat, dann könnte man den Werdegang der Nationalsozialisten in München bis hin nach Berlin tatsächlich dort wiederfinden. In Wirklichkeit ist natürlich Mabuse viel mehr. Er ist wirklich der Mensch und die Figur, die all das, was ja die Zeit an Zerstörung geleistet hat, im Grunde noch potenziert darstellt. Und ich glaube, dass wirklich die Mabuse-Figur der beste Spiegel für diese kaputte Zeit zwischen 1918 und 1924 ist. Ohne die Verfilmung von Fritz Lang hätte es Dr. Mabuse sicher als Figur in dieser Größenordnung nicht gegeben. Es ging nur in diesem Mischverhältnis. Es ist ja so, dass sowohl die Literatur als auch der Film sich befruchtet haben. Da gab es ja schon das, was man heute Marketing-Mix nennt. Das heißt, es gab eine Vorauslieferung des Romans in einer Berliner Illustriertenzeitung. Es gab bei Ulstein, dem wichtigsten Mess-Market-Verleger, eine Buchausgabe. Es gab gleich eine Taschenbuchausgabe hinterher. Es wurde sehr gut Werbung geschaltet wie für keinen Film in dieser Zeit. Und es ist das passiert, was eigentlich ein guter Event im kulturellen Bereich schaffen muss. Es ist tatsächlich mobilisiert worden, das, was man öffentliches Bewusstsein nennt. Das heißt, diese Figur, die wurde wirklich den Leuten in jeder Weise um die Ohren gehauen. Und für die damalige Zeit sind die Auflagen, also er hatte fast eine Viertelmillion innerhalb von zwei Jahren verkaufter Bücher, das gab es kaum. Beim Testament des Dr. Mabuse, dem zweiten Fritz-Lank-Film, auch nach Norbert Jacks Vorlage, aber schon mit Ideen von Fritz Lang, da würde ich sagen, hat Thea von Habu mehr auf ihr eigenes Interesse geachtet. Sie hat Norbert Jack einen Vertrag angeboten, in dem er unterschreiben musste quasi, dass er auf eine Buchpublikation zu ihren Gunsten verzichtet. Das heißt, ihr Buch sollte als einziges erscheinen. Das Buch sollte nach den gedrehten Filmen entstehen, während das von Norbert Jack davor Geschriebene überhaupt nicht erscheinen sollte. Er hat sich aus Geldgründen darauf eingelassen. Das war so eine Art Erpressung, kann man sagen. Aber Norbert Jack hat natürlich auch dieser Mabuse-Figur, die er selbst geschaffen hat durch Fritz Langs, ja, tolle Filme, sehr viel zu verdanken. Insofern ist das eine ambivalente Sache. Also es ist so, dass Norbert Jack die Figur des Dr. Mabuse für einen, ja, Spottbetrag, kann man sagen, verkauft hat, nämlich für damals 5000 Mark für alle Zeiten. Er kriegte keinerlei Prozente und keinerlei weitere Beteiligungen. Und es sind mehrere Filme. Es ist ein knappes Dutzend. Man könnte sagen, sechs richtige Mabuse-Nachfolger. Zwei Filme in der typischen CCC-Film, also Arthur-Brauner-Produktion, daraus entstanden. Und der bedeutsame Film, die tausend Augen des Dr. Mabuse, wieder unter der Regie von Fritz Lang. Aber Norbert Jack ist 1954 gestorben. Und er hat im Grunde diese große Vermarktung der Mabuse-Figur gar nicht mehr miterlebt. Und hat sehr früh schon mit Reisen und mit Büchern angefangen. Das heißt, er ist eigentlich das, was man einen Reiseschriftsteller nennt. Ein Autor, der in die Welt reist, um Bücher zu schreiben. Einerseits kommt er aus einem Niemandsland. Das heißt, er ist wirklich ein Autor gewesen, der sehr, sehr viele Orte bereist hat und sich eigentlich nie richtig sesshaft gemacht hat. Und in der ersten Phase seiner literarischen Produktion hat er Bücher geschrieben, die sehr frei sind und auch noch sehr literarisch. Später dann hat er sich immer stärker zugewandt einem, sagen wir mal, funktionalen Schreiben. Das heißt, er hat sich massiv gekümmert um filmische Themen, hat eigentlich auch immer schon an Verfilmungen gedacht. Also ich würde denken, Mabuse ist ein Text, den er ausdrücklich schon mit diesem Gedanken im Kopf an einen Bestseller und auch an einen Film geschrieben hat. Zweierlei ist für Norbert Jack und die Mabuse-Figur ganz wichtig. Einerseits das Herkommen vom philosophischen Übermenschen, also Nietzsche-Rezeption, aber andererseits natürlich die Zeit. Und der Erste Weltkrieg, das kann man sich heutzutage nur noch schwer vorstellen, war die absolute Zerstörung von jeder Wertewelt, die es überhaupt gibt. Und in dieser Zerstörung lag natürlich auch was Besonderes, nämlich ein Aufleben von ganz kräftigen, ganz massiven Lebenswillen. Man konnte Millionär werden in einer Stunde, man konnte irgendwie sich Menschen verfügbar machen, man konnte Kriegsgewinnler sein. Und Mabuse verkörpert das alles. Er konnte sich eigentlich in diesen Mabuse hineinschreiben, was er wollte, der Norbert Jack. Und das hat er auch getan. Ich denke, dass dieses Austesten der Grenzen durch den Ersten Weltkrieg und durch diese wirkliche auch Zerstörung von Charakteren, von inneren Haltungen, dass diese Figur so der typische Nachkriegsmensch ist. Das heißt, ein Mensch, der an gar nichts mehr glaubt, der sich so viel zusammenrafft wie möglich, sei es Geld, sei es Frauen, sei es eben auch Exzess, sei es Rausch, zugleich aber auch immer eine gewisse Leere empfindet. Und diese Leere, ja, die versucht dazu betäuben. Deswegen sind natürlich auch die Rauschgiftszenen oder die Alkohol-Szenen immer extreme Exzesse. Norbert Jack ist 1880 in Luxemburg geboren worden. Er stammt aus guten Verhältnissen und hat dort bis zum 20. Lebensjahr gelebt. Hat dann angefangen zu studieren, hat sich immer mehr eigentlich aufs Schreiben besonnen und hat sehr früh schon mit Reisen und mit Büchern angefangen. Das heißt, er ist eigentlich das, was man einen Reiseschriftsteller nennt, ein Autor, der in die Welt reist, um Bücher zu schreiben. Einerseits kommt er aus einem Niemandsland. Das heißt, er ist wirklich ein Autor gewesen, der sehr, sehr viele Orte bereist hat und sich eigentlich nie richtig sesshaft gemacht hat. Und in der ersten Phase seiner literarischen Produktion hat er Bücher geschrieben, die sehr frei sind und auch noch sehr literarisch. Später dann hat er sich immer stärker zugewandt einem, sagen wir mal, funktionalen Schreiben. Das heißt, er hat sich massiv gekümmert um filmische Themen, hat eigentlich auch immer schon an Verfilmungen gedacht. Also ich würde denken, Mabuse ist ein Text, den er ausdrücklich schon mit diesem Gedanken im Kopf an einen Bestseller und auch an einen Film geschrieben hat. Zweierlei ist für Norbert Jack und die Mabuse-Figur ganz wichtig. Einerseits das Herkommen vom philosophischen Übermenschen, also Nietzsche-Rezeption, aber andererseits natürlich die Zeit. Und der Erste Weltkrieg, das kann man sich heutzutage nur noch schwer vorstellen, war die absolute Zerstörung von jeder Wertewelt, die es überhaupt gibt. Und in dieser Zerstörung lag natürlich auch was Besonderes, nämlich ein Aufleben von ganz kräftigen, ganz massiven Lebenswillen. Man konnte Millionär werden in einer Stunde, man konnte irgendwie sich Menschen verfügbar machen, man konnte Kriegsgewinnler sein. Und Mabuse verkörpert das alles. Er konnte sich eigentlich in diesen Mabuse hineinschreiben, was er wollte, der Norbert Jack. Und das hat auch getan. Ich denke, dass dieses Austesten der Grenzen durch den Ersten Weltkrieg und durch diese wirkliche auch Zerstörung von Charakteren, von inneren Haltungen, dass diese Figur so der typische Nachkriegsmensch ist, das heißt Tradition. Der Mabuse der späteren Zeit im Testament des Dr. Mabuse ist dann in Berlin und da geht er wirklich in die Welt und in die Weltstädte hinaus. Es ist das Eigenartige, dass Mabuse als Figur immer auch als Vorläufer von Hitler gesehen wurde. Und wenn man jetzt das wirklich als eine Prophezeiung nimmt, was Norbert Jack da geschrieben hat, dann könnte man den Werdegang der Nationalsozialisten in München bis hin nach Berlin tatsächlich dort wiederfinden. In Wirklichkeit ist natürlich Mabuse viel mehr. Er ist wirklich der Mensch und die Figur, die all das, was die Zeit an Zerstörung geleistet hat, im Grunde noch potenziert darstellt. Und ich glaube, dass wirklich die Mabuse-Figur der beste Spiegel für diese kaputte Zeit zwischen 1918 und 1924 ist. Ohne die Verfilmung von Fritz Lang hätte es Dr. Mabuse sicher als Figur in dieser Größenordnung nicht gegeben. Es ging nur in diesem Mischverhältnis. Es ist ja so, dass sowohl die Literatur als auch der Film sich befruchtet haben. Da gab es ja schon das, was man heute Marketing-Mix nennt. Das heißt, es gab eine Vorauslieferung des Romans in einer Berliner Illustriertenzeitung. Es gab bei Ulstein, dem wichtigsten Mess-Market-Verleger, eine Buchausgabe. Es gab gleich eine Taschenbuchausgabe hinterher. Es wurde sehr gut Werbung geschaltet wie für keinen Film in dieser Zeit. Und es ist das passiert, was eigentlich ein guter Event im kulturellen Bereich schaffen muss. Es ist tatsächlich mobilisiert worden, das, was man öffentliches Bewusstsein nennt. Das heißt, diese Figur, die wurde wirklich den Leuten in jeder Weise um die Ohren gehauen. Und für die damalige Zeit sind die Auflagen, also er hatte fast eine Viertelmillion innerhalb von zwei Jahren verkaufter Bücher, das gab es kaum. Beim Testament des Dr. Mabuse, dem zweiten Fritz Lang-Film, auch nach Norbert Jaks Vorlage, aber schon mit Ideen von Fritz Lang, da würde ich sagen, hat Thea von Habu mehr auf ihr eigenes Interesse geachtet. Sie hat Norbert Jaks einen Vertrag angeboten, in dem er unterschreiben musste quasi, dass er auf eine Buchpublikation zu ihren Gunsten verzichtet. Das heißt, ihr Buch sollte als einziges erscheinen. Das Buch sollte nach den gedrehten Filmen entstehen, während das von